Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier bei einem neuen, ja, einem neuen kleinen Projektreiher auf meinem Kanal. CSGO haben wir ja schon mal gespielt, damals, oder, was ist damals, unter Pfiff das Ganze gekennzeichnet. Jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen auf Competitive spielen. Äh, ich müsste da jetzt schon zusagen, ich bin der allergrößte Kaknu, äh, wobei ihr das natürlich auch schon, äh, gesehen habt, dass, ähm, falls ihr Pfiff mal gesehen haben solltet, ähm, ja, ich bin nicht der beste CSGO-Spieler und schon gar nicht, wenn es, ja, immerhin einen Gill gemacht. Und schon gar nicht, wenn es hier auf diesen, äh, ja, Wettkampfmodus geht. Ähm, ja, wir schauen einfach mal, wie es läuft, wie gut wir uns hier verkaufen können. Vielleicht wird es auch eine sehr kurze Folge, äh, beim letzten Mal, als ich, äh, das gespielt habe, bin ich, glaube ich, nach drei Minuten gekübt worden. Ähm, mal schauen. Wir werden sehen, äh, starten jetzt einfach mal ins Spiel, die Taktiken habe ich auch absolut null. Okay, Arashbi, das kriegen wir hin. No, 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 Short, let's go, Short. No, 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 ich laufe den einfach hinterher. Hahaha. Die werden sich da irgendwie schon auskennen. Short, weiß ich, aber auf jeden Fall ist, glaube ich, da und dann linksruhen. Äh, ein Gobin. Katschen, Katschen, Nabe. Äh, kuschen, kuschen, knuschen, knuschen. Okay, wollen wir hier ein bisschen schleichen? Äh, einfach vielleicht. Okay, nice, nice. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie... Äh, was mitreißen können. Hey, ist clear. Hey, ist clear, jawohl. Hey, Short, Short, I'll stay. Go, plant. Äh, was ich mir auch mal... ...anschauen muss, ist, wo mein, äh... ...wo ich was sagen kann. Oh, mein Short. Ja, wo ich was sagen kann. Da kann ich jetzt gar nicht sagen. Wir kaufen uns mal eine schöne UMP. Go, go, go. Dann läuft das doch. Hahaha. Wie gesagt, im letzten Spiel wurde ich einfach gekickt. Let's go, B. So, wie gesagt, Alter. Gerade A-Long gesagt für den Nasen-Kopf da. Okay, wir gucken mal. Go, go, B. Wo wir hier lang kommen. Ja, wir go, B. Okay, gut unten. Die Bombe, wo ist denn die Bombe schon mehr unterwegs? Okay, let's go, B. Jawoll. Ich hab auf jeden Fall nicht die Bombe. Ich guck mal da oben rein. I'll stay mid. I'll stay there. No. Wo ist denn die Bombe? Ah, ist er. Mein Prinz, B. Ja, dann, hau rein. Yes, yes, go fast. Oh, Alter. Oh, danke, danke, du hast mein Leben. Sorry, sorry. Ich werde ihn töten. Fuck. Äh, stay there. Oh, was? Das hat gesessen. Wo ist nur noch einer? Nice. Oh, mein. Noch nichts gemacht. Hahaha. Aber jetzt können wir erst mal hier Oden Kepler und Helm kaufen. Hat er gesagt? Rush. Okay. Rush A, sagst du? Läuft. Ah, long oder was? To be. Okay, no. Let's go long. Jawoll. Holy shit, lock out. Oh, da steht einer. Hahaha. Ja, der Möhrige gucken. Nachs mit Pornhub. Haha. Okay, in der Zeit können wir mal gucken, auf welchen... ... welchen Knopf wir hier was sagen. Okay, I'm blend. Äh, wo können wir denn hier was sagen? One, one. Hier gucken wir mal in den K. Ah, das läuft. Ace, Ace, please. Hahahaha. Ace, make Ace. I, I'm letting you make Ace. Shock, shock. Also bin wir ein cooler Typ, ey. Make an Ace, my friend. Das habe ich auch schon mal anders erlebt. Hahaha. Tut mir auch leid, wenn ich die Leute vielleicht ein bisschen weniger rede dann. Aber ich, äh... Ich will halt nicht der, der ober Noob sein, obwohl ich schon mit 0,2 schon mit einer der schlechtesten bin hier. Nice, Ace. Nice one. Safe repeat, safe repeat. Safe repeat. From you. Oh, no. Okay, wir können aber endlich kaufen. No. Und dann hier. Please. Maybe next time. Hahaha, wie geil ist er denn? Arschwort. Arschwort? No. Okay, wir gehen Arschwort. Der Grüne bleibt erstmal stehen. Alice, äh, Alice A. Haha, hat er jetzt auf Deutsch geredet, weil er denkt, ich verstehe ihn nicht. Dabei habe ich noch keinen Bock mit ihm zu reden. Hahaha. Komm, Liga. Oh, save, save AV. AV, AVP. Shot. Shot. Okay, wir werden jetzt mal. Oh, red geht es. Zeh, weg, weg. Zeh, 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 weg. Nice one. Droppe 83. Droppe 83. Droppe 83. Boah, ich glaube so gut war, also in einem Team, ich meine jetzt mal von mir ausgenommen. Okay. Äh, da waren wir bisher immer schlechter, ehrlich gesagt. Okay. Also die, die zweimal wo ich gespielt habe. hier, wenn wir hier, wenn wir hier natürlich richtig geil mit der Sniper wegquicken können. Nice. Da, der Junge, der Junge rockt, ey. Von hinten kommt einer. Wo ist denn die Bombe schon wieder? Long. Bombe ist down. No. Oh. 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 Nice. Hehehehe. Oh. 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 Wie ihr die Folgen findet, ob ihr sowas besser sehen wollt oder ob ihr das gar nicht interessiert. Ich habe auf jeden Fall noch andere Spiele jetzt, die ich noch spielen will. Sind natürlich, wie man das von mir kennt, auch schöne Adventure-Spiele. Aber, ähm. Nein, nehmen wir in die Ficken. Fuck. Nice, nice, nice. Verdammt. Schade. Naja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ähm. It's alright. It's alright. We are winning. Wie ihr das Ganze findet hier. Und dann, äh. Gucken wir mal, ob ich das öfter mache. I go B2. Obwohl, das natürlich mit Decknader total bescheuert ist. Nice. Okay, die sind auf jeden Fall auf B. B1, B1, B1. Okay, kommen die jetzt? Ah, da sitzt bestimmt hinten eine Awe drin. Ich hör die doch. Oh, fuck. Fuck. Verdammte Scheiße, ey. Na gut, wir gehen mal wieder zur Acker. Okay. Dann gucken wir mal auf, ob wir jetzt mal wieder eine Runde holen. Ich helfe auf jeden Fall sehr viel mit. Ich bin ja am helfen. Nicht. Fuck. Long. Oh, oh. Schlecht, schlecht, schlecht. Sehr schlecht sogar. Ja. Da haben wir hier noch einen rein. Das hättest du dir so gedacht. Kollege, Schnürschuh. Oh, wohin? Vier noch. Vier gegen vier. 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 Oh, scheiße. Ja, durften sie einmal kaufen, ey, und jetzt holen sie uns natürlich, Erik. Mist. Wie gesagt, jetzt wird so langsam so, dass ich wahrscheinlich gekickt werde. Let's go B. Aber ich meine, ich habe schon zwei Heals gemacht. Okay, wir go B dann. Yes. Yes, meinten. Oh, scheiße. Die haben natürlich sauber geworfen, ey. Boah, wie die die direkt wegficken, ey. Holy shit. Fucking no. Ah, der wartet da jetzt auf jeden Fall. Grenade. Aber ich will auch gucken, Egi. Oh. Ah, ich muss das. Eins gegen vier. Läuft bei mir. Die kommen mich jetzt, holen. Die werden mich nicht finden. Ich kann nur wenigstens versuchen, jetzt irgendwie auf A zu kommen. Ah, da hinten gehen die jetzt natürlich auch auf A. Ich verwirr die jetzt. Ich mache jetzt die Hasentaktik. Was hat er denn davon? Okay. Okay, okay. Ach ja, ich bin so gut in diesem Spiel. Ich bin so gut in diesem Spiel. Ich bin so gut in diesem Spiel, ich bin so gut in diesem Spiel, ich bin so gut in diesem Spiel. Aber Caterall zu spielen und jetzt so zu spielen hier ist aber was komplett anderes. Das gibt's doch nicht! Oh man. 2, 7, 6.000. Was hab ich? Ich bin jetzt gekauft. Ich bin auch so ein Spacko. Ich bin so gut. 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 Der geht jetzt über A lang. Hier ist keiner. Wir können jetzt versuchen, jetzt mal über A kurz irgendwie. Gucken, ob da noch irgendwo einer steht. A, 1, A. Okay. Nice, nice. Okay. Da hat sich die Augeer schon mal gelohnt. Ach, wie ein komische Autosnipertyp. Ich gehe A kurz. Nice. Äh, Schede. Coming, short. No. Ich hole. Jawohl. Nice, nice, nice. 1, 1, 3, 9. Oh Gott. Gut. Kefela. Ja, ich finde die P9. Yellow. Yes, yes. Deck in AVP. Autopass. Oh, ich kann aber auch keine Granaten werfen. Na, nice, nice. Ja, Mann. Soll ich echt mal üben? Ja, wenn ihr übrigens Verbesserungsvorschläge habt. Oder irgendwie was, wo ihr sagt, du bist du doof. Wo machst du denn? Bla, bla, bla. Ähm, immer raus damit. Ich bin, ob loxst du mich so schön. 1, 8. Ähm, dann immer raus damit. Nice. Für sowas bin ich sehr, sehr offen. Nice. Warum bin ich... Ach, der ist halt. Take him fucking out. Loil. Alter, Belli. Mit vier Leben, ja, das wird geil. Der Fuß ist jetzt einmal anders gut. Wie doch nicht gucken, plante doch. Go plant. Go behind, ähm, car. Links. Go behind a car. Boom. Können wir gucken, wann er kommt. Da ist er. Hallo. Schönen guten Tag. Verdammte Scheiße, ey. Ja, 7, 6, ne? Ich sag mal, läuft bei uns. Sehen wir schön, die Beisen. Ach, läuft. B, A, was denn jetzt? Penis, ey. Jetzt können wir gleich den nächsten her. Oh, oh. Ich sag mal, geht's. Tschönen wir sie hin. Behind. Näin. Jellow. Jellow, are you hacking? Nein. Yellow. What? Yellow. Warum gucke ich denn auf? Ja, 86 läuft bei uns. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Let's go B. Because we can. Alright, wir können hierher. Okay. Komplen. Okay. Noch ist keiner da. Da müsste jetzt auch gleich einer kommen. Da ist die Bombe. Und der fliegt ihn jetzt da oben raus. Guckt doch nicht. Plänte doch. Verdammte Scheiße, ey. Boah, bin ich schlecht. Haha. Der defused. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wollen wir einen rausmeißen? Nee, da bin ich nicht viel. Das finde ich scheiße. Da geht genug, da müssen sie mich. Okay. Silber 1, sag ja. Okay, Sucker. Silver Num. Ja, schauen wir mal, was wir als Anti-Terror, was wir als Anti-Tee kriegen. Juhu. Bomb down A long. Boah. Ah, ich bin der Letzter. One coming along A. Watch A. Coming A. Left. Left. Nice. Hehehehe. Mal. Bop. Bop. kiej. Bop. Näh. Bop. Ich bin der, Bop. Okay. Okay. Bomb down, aim. Okay. So, dann haben wir schon mal wenigstens die Bombe. Muss nur gucken, wo die kleinen Penner jetzt herkommen. Holy shit. So, wo kommt ihr kleinen Wichser her? Tja. Nein! A long. Bon. Okay. Okay. Yo, yo, Vito Homo. Jawoll. Nice. Na, immerhin, etwas geholt. Acht, neun. Fuck you, tch, tch, tch. Brr, brr, you suck. Hahaha. Warten, Spacko. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal wieder schön da hinten nach A lang. Gucken wir mal, ob wir da nochmal wieder ein paar wegpicken können. Immer noch der schlechteste. Hahaha. Okay. Sehr wohl. Oh, er holt ja einen nach demnächst, ne? Okay. B, guys. Okay. Ich hab gerade einen gesehen da unten. Außer so einer von uns. Kann auch sein. Loh, ich hab ihn nicht gesehen. Nice. Nice. Oh, da wird nix. Oder? Boah. Nice one. Kass, ey. Da hab ich mich direkt auf ihn drauf gesprungen, ey. So ein scheiß. Hahaha. Ja, wie gesagt, ne? Also wer hier gutes Gameplay sehen will, der ist hier auf jeden Fall am, äh, am falschen Kanal. Hahaha. Ich bin, äh... Ja, so du... Also der... Gliedeshuhn findet auch mal nen Korn. Go, go, go. Ich hab mir keinen Diffuser gekauft. Das ist auch stark. Warum gehen wir jetzt zu dritt nach B? Äh, nach A? B, 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 B! B, B! Okay, 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 okay. Fuck! Okay. Wir gehen jetzt mal nach B. B, 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 B Ich glaub die meinen mich. Ach ja, gut. Ich denke, ich bin ein Mann. Ich hoffe, ich bin ein Mann. Ah. Holy shit. Okay. Nice. B. One guy left. Uh, mid. Fuck. Mid. Uh, B. B. Verdammte Scheiße ey. Warum werde ich ja nicht immer weggemacht. Nice. Nice work. So ein Kack ey. Nice guys. Please come back. So. Da schauen wir doch mal an. Äh. Schauen wir doch mal. Was wir hier so reisen können. Wir sind hier ganz geschmeidig innen. Ich glaube es wird akurs. Das sieht nach oben aus auf der Karte. Ob wir denn so richtig stehen. Sehen wir wenn das Licht angeht. Okay. Okay. Das wird auf jeden Fall. Kurva, Kurva, Kurva. B. Nice. Jawollo. Nice, nice. Ja, das läuft doch. Wie geschnitten Brot hier bei uns. Vielleicht ist der Möhre auch schon nicht mehr ganz so schlecht. 13, 16. Das geht doch. Klar. Ja. Aber. Wir sollen natürlich den Abend nicht vom. Nee. Der Tag nicht vor dem Abend lohnen. 1B. Okay. Okay. Das ist auf jeden Fall einer. Der kommt jetzt und dann frisst der richtig geil. Pass mal auf. Außer. Orange. Fängt sich gleich noch einen Edgehot von mir. Okay. Äh. 1B. Lass die Penner doch einfach kommen. Fuck. Okay. Der ist 1B. Das ist natürlich schlecht. Nice, nice, nice. Sehr gut. Nichts gemacht. Also wirklich gar nichts gemacht. Egal. Ich glaube die gehen wieder B. Aber wir setzen uns mal wieder dahin. Vielleicht kommt ja mal irgendwann einer vorbei. 2B. Danks. Ich gehe A lang. Ich gehe A lang. Nice, nice. So. Okay. Wird er hier wieder sterben? Nein, doch nicht. Komm, mach doch mal weg. Nein, dann sagst du nicht zuvor. Nicht zuvor. Ah, da kommt ja keiner. Was funkt? Nee da die ganze Zeit. Lockout. Sie spawnen. Ich habe einen Autospepper. Das habe ich jetzt akussisch nicht. Lockout. Noo. Nice, nice, nice. So long, 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 long. Coming shot. Na komm. Nice. Nice, nice. Jawoll. Take, 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 take. Can I drop? Can I drop? Thanks. It läuft bei uns. It läuft bei uns. It läuft bei uns. It läuft bei uns. 16, 16. Und zwei MB-Feeds. I got AK. To be too long, I'm short. Okay? Okay. Okay. I go B. Nice, nice. Okay. I need backup now. Need backup doctor? Nooo. so wollen wir schauen ja 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 ich bin auch weh wollen wir gucken ob wir noch was machen können ich glaube einfach hier ein bisschen durch die gegend kann man ja auch mal machen ich habe schon wieder kein diffuser gekauft läuft soll ich mir das vorgestellt okay wir laufen mal hinten rum nach b und dann schauen wir mal wo bin der denn von wo wir uns noch wie gucken wir mal wo wir und nein wie gesagt mit den granaten habe ich noch nicht so warum gucke ich denn durch sie hier verdammt er läuft gut mit der auge ich habe avp Boxer avp ich bin hyper b ah kill oh wotten mixer holy shit i'm so scared kill mal auf mit dem scheit ey sagt der pro hehehehe you don't fuck with the finnish people so lass noch mal einen kommen hauen wir den nochmal weg nein alter er ist auf jeden fall nicht lang da geht hier nicht die party ab just fucking with everybody just fucking with everybody nice try hey heil du bist du Between hoh beim den jawohl ja ja eine runde noch und dann ist hier gut meine freunde so wir gucken jetzt nochmal schön wir gucken jetzt noch mal schön nach auch da noch wieder einen weg kommen können das wäre natürlich wird feines gott smoke aber ich glaube nicht dass das hier noch mit einer durchkommt das wird wieder ein b ok den fack ja das frause ja jawohl nice shot einfach warten schade was für ein spasti ja mein freunds Ja, und damit würde ich sagen, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen, besser gesagt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Counter-Strike Competitive. Sagt mir einfach Bescheid, wie ihr es gefunden habt. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020